Mach dich bereit, die Wahrheit über die Welt und die Bibel zu hören, in einer Show, die nicht immun ist gegen die Fakten, mit deinem Host, Philipp Daniel Frey. Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Show von Stimmen des Gläubigen. Mein Name ist Prediger Philipp und wir haben heute wieder einiges Interessantes für euch bereit. Aber zuerst möchten wir ein Wort sagen zu den letzten Shows. Ich kann nur nochmal empfehlen. Schaut euch das an. Evolution, Schöpfung und Evolution. Was sind die christlichen Antworten für Schöpfung und Evolution? Warum? Christen, die denken, das ist nicht so wichtig, offensichtlicherweise sprechen sehr selten mit Ungläubigen. Wenn sie sich mit Ungläubigen unterhalten würden, würden sie sehr schnell merken, dass Evolution ein sehr grosser Gedanke geworden ist, ein grosser Glaube. Und wir haben sogar Kommentare bekommen, wo Menschen gesagt haben, der Urknall ist nicht Evolution. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Aber ich kann es nur empfehlen und wärmstens ans Herz legen, wenn du bereit bist, da eine Verantwortung zu geben für deinen Glauben. Und ich hoffe, dein Glaube ist, dass Gott diese Welt vor 6000 Jahren gemacht hat. Und dass du nicht auf diese teuflische Evolution gefallen bist, oder reingefallen bist, dann sind wir schon in der Hoffnung, dass du das ansiehst und nützt. Deswegen machen wir das. Aber heute haben wir andere Themen und wir reden heute über die teuflischen Verführungen in der modernen Zeit, beziehungsweise in dieser Rennzeit, in der wir leben. Mit dabei wieder der wunderbare Solo. Grüße. Wieder mit dabei im Studio, nicht von zu Hause aus, sehr gut. Und natürlich auch unser Technician und, ja, was sollen wir noch sagen, der Pascal ist auch da wieder unter uns. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. So, wir sprechen über diese teuflische Verführungen, die es heute gibt. Und zuallererst möchte ich über Verschwörungen sprechen. Es ist interessant, dass heute immer mehr Menschen reinfallen unter von einem geborenen Christen auf Verschwörungen. Man muss sich schon einmal die Frage stellen, warum man immer denkt, dass alles eine riesengroße Verschwörung ist in dem kleinen Gebiet. Natürlich. Der Teufel ist der grosse Verführer. Ja, und wenn man so will, hat er eine riesengroße Verschwörung, die er schon bereits in Jesaja 14 seinen Lauf genommen hat. In Jesaja Kapitel 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefahren, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefällert, der du die Heiden schwächtest? Wie dachtest du es doch in deinem Herzen? Ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg des Stifts, an der Seite gegen Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren, gleich sein, dem Allerhöchsten. Ja, zur Hölle fährst du. Es ist interessant, dass die Verschwörung, von was die Bibel spricht, dass der Teufel probierte, Gott von seinem Thron zu stossen, jeder nachlesen kann. Es ist nicht nur beschränkt auf ein paar elitären Menschen, die von diesem Plan wussten, sondern Gott hat es jedem bekannt und offenbart gemacht. Und wenn wir heute zum Teil diese Verschwörungen, die heute so durch die Gegend flattern, wie dass die neue Weltordnung ein grosses Ziel hat, um jeden Menschen unter seinem Bann zu bekommen und sonstige Dinge, oder das World Economic Forum kommt auch sehr oft vor und wie alles irgendwie in einer Hand liegt von den Illuminaten, von diesen Familien. Aber nur gewisse Elitären wissen bescheidend, alle anderen wissen nicht Bescheid, weswegen es zum Beispiel auch diese Theorie der flachen Erde gibt. Es ist eine riesengroße Verschwörung, dass wir alle glauben an eine Kugel. Für neugeborene Christen machen sich, wenn sie sowas glauben, in erster Linie lächerlich. Und in zweiter Linie können sie es weder belegen, noch können sie es erklären anhand von Gottes Wort. Nun, die grösste Verschwörung, die es je gegeben hat, ist, dass Satan diese Welt probiert zu verführen. Der Herr der Welt, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, ist eine sehr wichtige Stelle. Und da steht, bei welchem der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat. Dass sie nicht sehen, das Helle Licht des Evangeliums von der Klara Christi, welcher ist das eben bei Gottes. Und ich weiss nicht, wie es euch zwei geht, aber heute sehen wir, dass es unglaublich viele Informationen gibt im Internet. Nicht alle diese Informationen sind übrigens richtig. Ich würde sogar sagen, es ist heute eher schwierig geworden, um herauszufinden, was ist die Wahrheit. Ja, ich stehe komplett auf deiner Seite. Das Problem ist, die Menschen haben ja kein wirkliches Fundament, worauf sie sich beziehen. Das heisst, die ziehen das alles irgendwie nur aus der Luft und dann haben sie ganz viele Spekulationen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt die Verschwörung aus der Bibel haben, ist das etwas Handfestes. Etwas, wo wir… Ja, weil Gott uns informiert. Er informiert uns und sagt uns, hör zu, dass es was der Teufel vorhatte. Aber es ist ja… Was ist das ultimative Ziel? Dass man vom Hellen Licht des Evangeliums wegkommt und seine Zeit vergeudet, das meine ich, vergeudet, mit was? Nun, wir haben seit Jahrhunderten, Jahrtausenden Religionskriege. Wir haben politische Kriege. Ich wurde letztendlich gefragt, wie lange ich denke, zum Beispiel, wie lange dieser Ukraine-Russland-Krieg geht. Niemand kann das sagen. Ich nicht. Ich bin nicht in der Position, etwas an diesem Krieg zu verändern oder zu manipulieren. Und jetzt kann man natürlich die Theorien bringen und sagen, dass das ultimativ dafür da ist, dass wir im Westen ärmer werden. Und natürlich sind das die Früchte davon. Aber noch einmal, es ist der Teufel, der ultimativ probiert, dass das Licht, welches das Evangelium bringt, dass es die Menschen nicht mehr sehen. Und zwar egal, ob du jetzt auf staatlicher Linie bist oder nicht. Also können wir schlussendlich sagen, er wird uns von Gottes, also entfernen. Natürlich tun wir uns entfernen. Und wir tun uns entfernen, indem wir unsere Zeit vergeuden im Internet mit irgendwelchen, gerade in der Corona-Zeit. Die Corona-Zeit hat unglaublich viel Verschwörungstheorien hervorgebracht. Jetzt ist alles, was gesagt wurde, falsch. Nein. Ist alles, was gesagt wurde, richtig? Nein. Wenn man sich ausserhalb von Gottes Wort begibt und gerade im Internet, gerade auf YouTube, ich meine, gib irgendein Thema ein und du kannst hunderte Videos finden. Und wenn du es nicht da machst, machst du es irgendwie auf Rumble oder sonst irgendwo. Und wir sind auch auf Rumble zu finden. Und du sagst, warum seid ihr auf Rumble? Ganz einfach. Weil natürlich YouTube zensiert. Warum zensieren sie? YouTube ist ein privates Unternehmen, das eine gewisse Agenda hat. Ein gewisses Ziel. Und dieses Ziel ist voll auf Linie, was man heute so hat. LGBTQT, LGBTQT+. Also ich bin ja der Meinung, dass wir es immer noch falsch aussprechen sollten. Ja, es ist echt belastend, dass man so etwas überhaupt die ganze Zeit muss überhaupt aussprechen. Hier ist einmal so da mitten und die Bibel hat einiges zu sagen darüber. Aber auch das ist der ungläubigen Sinn verblendet durch den Teufel. Der Teufel ist der Meister. Er hat 6.000 Jahre Zeit gehabt. Er hat angefangen mit Eva. Er hat ihr gesagt, ja, sollte Gott gesagt haben. 1. Mose 3. Und hat Zweifel gesetzt in Gottes Wort. Das ist ein Grund, warum wir sehr viel über Revolution machen. Für all diejenigen, die das noch nicht angeschaut haben. Wir machen sehr viel über Revolution, weil das war ein Geniestreich von dem Teufel, um ultimativ Menschen zum Atheismus zu führen. Oder mit anderen Worten, es gibt keinen Gott. Das ist, was wiederum der ungläubigen Sinn verblendet wurde. Ich weiss nicht, ob man das nicht sieht, aber die grösste Verschwörung ist von dem Teufel selbst. Und die Christen können oder wollen es nicht verstehen. Weil sie ihr Augenmerk immer auf irgendetwas anderes setzen, als auf das, was sie sollten setzen. Wenn Menschen sich bekehren und vorher mit bestimmten Themen sich beschäftigt haben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal mit Verschwörungen und Freimaurer zum Beispiel. Und dann bekehren sich Menschen und dann sagen, ich habe mich jetzt bekehrt wegen Freimaurer. Nein, du hast mich bekehrt wegen Jesus Christus. Aber wenn sie dann im Nachhinein immer an diesem Thema festhalten, wo sie eigentlich überhaupt keine Grundlage haben. Ich habe irgendwelche Geheimdokumente, ich habe was weiß ich mit dem geredet. Woher wollen wir wissen, ob das stimmt. Und wenn sie dann nicht an Gottes Wort und an der richtigen Lehre bleiben, dann irgendwann vergeht die Lust und sagen, gut, dann gehe ich halt wieder, weil es nicht mehr spannend. Der Mensch hat eine gewisse Sensationslust. Und diese Sensationslust, man kann das auch, sage ich jetzt mal, psychologisch ganz gut nachvollziehen, wie, was man machen muss, damit Menschen anbeissen, damit der Köder anbeisst. Schlussendlich sind das auch Menschen, die probieren, irgendwo irgendetwas zu verkaufen. Das meiste im Internet hat zu tun mit Verkaufen. Das ist ein Medium, wo sehr viel verkauft wird. In 2. Korinther 11, Vers 13 sagt Paulus, denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christi Apostel. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellet sich. Er ist nicht der Engel des Lichts, sondern er verstellt sich zum Engel des Lichts. Und dann sagt, darum ist es nicht ein grosses, ob ich auch seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welcher Ende sein wird nach ihren Werken. Wenn wir diese Verschwörungstheoretiker zum Beispiel haben, und sie benehmen sich wie Prediger und ziehen die Menschen in ihren Bann, dass sie das Gefühl haben, dass da draussen, dass jeder irgendwo, die Kameras und alles ist draussen, nur für sie, um sie irgendwie aufzuspüren. Und jetzt in China zum Beispiel, ja, dort haben wir vollkommen Überwachung. Und ja, sicherlich ist Überwachung immer mehr das Ziel. Nur, warum ist es das Ziel? Weil du dadurch, wie der Teufel das so gerne macht, Kontrolle ausübst, aber er tut das zuerst mit Medien. Die Medien sind eines der besten Werkzeuge von dem Antichrist in der Endzeit, um Menschen zu verführen. Ja, Kolosser Kapitel 2 Vers 8, um ein anderes Beispiel zu geben. Der Bibel sagt, seht zu, dass euch niemanden beraube. Das Wort, was er benutzt, ist berauben. Durch die Philosophie. Und lose Verführung. Nach der Menschenlehre. Und nach der Weltsatzungen. Und nicht nach Christo. Was ist das für eine Lehre, die man baut und sagt, es ist so? Mein Problem ist immer, wenn Menschen sagen, es ist so, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich meine, ich weiss nicht, wie sehr ihr damit konfrontiert wart. Ich war in einer Zeit sehr stark damit konfrontiert. Ich habe mir Gedanken gemacht über den Tod oder die Ermordung von John F. Kennedy. Ich habe mir Gedanken gemacht über den 11. September. Und da war es ein Inside-Job. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Mondlandung. Ich habe mir Gedanken gemacht über fast alles, was uns so beigebracht hat. Also ich kann mir vorstellen, dass Corona vor allem, also jetzt für mich persönlich hat es diesen Gedankengang ziemlich angetrieben. Ich habe mal über Ecken verschiedene komische Geschichten gehört. Und dann rutscht man von einem Thema ins andere. Und dann sind auf einmal alle Vögel Videoüberwachungskameras. Oder was weiß ich. Ich meine, es gibt etliche, die will ich eigentlich gar nicht aufzählen. Weil diese ganzen Theorien am Ende, da kommt mir eigentlich nur ein Vers im Kopf, dass der Paulus davon spricht, dass er sagt, und die werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Auf jeden Fall. Und dann interessiert man sich eigentlich gar nicht dafür, was halt wirklich die Wahrheit ist. Weil, noch einmal, und darum habe ich den Teufel am Anfang benannt, er war es, wo Eva gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Also wenn wir die Wahrheit wollen finden, auch von der Zukunft, ich mache mir nicht so sehr so viele Gedanken, weil ich weiss, was kommt. Nun, ich weiss nicht, wann es kommt. Und es kann sein, dass vorher noch einmal ein Weltkrieg passiert, vor dem grossen Krieg, wo es in der Offenbarung steht. Es kann sein, dass es, die Bibel sagt, dass Christen Trübsale haben werden. Das ist nicht etwas Neues. Also das ist etwas, was schon seit 2000 Jahren existiert. Die Frage ist, ob man sich darauf vorbereitet in seinem Glauben. Aber ich sehe schon eine grosse Verführung, auch durch Verschwörungen. Weil man darf nicht vergessen, der Teufel hat verschiedene Wege, wie er Menschen verführt. Das heisst, wenn wir zu 2. Thessaloniker, und das ist interessant, dass gerade Paulus uns das gibt, 2. Thessaloniker Kapitel 2 kommen. Und wir schauen einfach mal, dass Gott es zulässt. Und es steht in Vers 9, des welches Zukunft, von Kapitel 2, des welches Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wunden und mit allerlei Verführungen zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zu Wahrheit nicht haben, angenommen, dass sie selig würden. Warum macht der Teufel Verführungen? Und zwar zum Beispiel im politischen System. Wir haben Kommunismus, wir haben Kapitalismus, wir haben Diktatur, wir haben das gesehen vor 80 Jahren. Dann haben wir Kommunismus. Ist es nicht interessant, dass wir im Zweiten Weltkrieg diesen bösen Feind, diesen Nationalsozialismus, Adolf Hitler unter anderem, der gesagt hat, der wollte den totalen Krieg, dann ist dieser Krieg vorbei und die nächste Gefahr war die rote Gefahr aus dem Osten, die Russen, also die UdSSR, mit diesem Kommunismus. Nun, muss ich einmal Gedanken machen. Das sind ja zwei komplett verschiedene politische, ideologische Ansichten. Kapitalismus auf der einen Seite, Kommunismus auf der anderen Seite. Und sie bekämpfen sich, sie bekriegen sich. Menschen sterben für eine Ideologie. Oder nehmen wir all die ganzen Religionen. Wir haben in Indien Menschen, da sind sie buddhistisch oder hinduistisch und sie tun Menschen lebendig verbrennen, wenn sie nicht mehr das glauben. Warum passiert das? Weil sie verführt sind. Sie sind verführt von Satan und getrieben von dieser finsteren Macht. Es ist nicht so, dass es eine, irgendwo eine geheime Elite gibt, die alles kontrolliert. Mindestens gibt es keine Beweise dafür. Und wir möchten auch mal bewusst sagen, nur weil, da kennst du dich besser aus, nur weil jemand ein Video macht und auf YouTube sagt, dass der und der zusammen war, das belegt schon einmal herzlich wenig, weil Bilder, Videos und so weiter können gefälscht werden. Das ist nicht allerschwierig. Das ist kein Problem. Mit AI geht das wahrscheinlich, oder künstlicher Intelligenz geht das wahrscheinlich heute nicht mal sehr lange. Ein paar Sekunden bleibt das kein Problem. Also jemand, der sich halbwegs auskennt und weiss, was er macht, hat keine Schwierigkeiten, Stimmbilder, Videos zu faken. Und Menschen, kein Problem. Also die ultimative Frage ist, kann man wirklich sagen, man hat noch einen Durchblick? Also wir haben zum Beispiel dieser Kim Jong-un, also wir geben das mal als Beispiel. Er macht ein Video und er wird in Korea gefeiert als ein Star. Du sagst, ja, aber die Leute, die haben halt keine Ahnung, weil sie leben in Nordkorea. Ja, stimmt schon. Wahrscheinlich haben sie keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch gewissen Menschen wirklich schlecht. Ziemlich sicher geht es gewissen Menschen sehr schlecht dort. Die, die mit diesem politischen System mitmachen, denen geht es wahrscheinlich sehr gut. Aber woher kommt dieser Glaube? Woher kommt diese Getriebenheit von Kim Jong-un? Kommt sie einfach nur, ist sie, ich meine, sehr viel ist die Augen zu bezaubern. Das ist, was Paulus sagt in Galater 3. Und er wird dargestellt, immer wieder diese Menschenverherrlichung, diese absolute Verherrlichung, was wir hier sehen. Und deshalb, unsere Armee ist bereit, um in jeder Krise zu antworten. Und die Menschen, sie tun ihm zujubeln und finden, das ist der, was? Ja, wenn wir das mal sehen, der nächste Messias, genauso wie es war unter Adolf Hitler. Ja, wenn wir, ich meine, es ist in Matthäus 23, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus. Und werden viele verführen. Also, Verführung ist etwas, diese Maschinerie, Verführung, die läuft schon seit über 2000 Jahren, sollte ein Christ eigentlich nicht überraschen. Und doch werden sie irgendwie immer wieder überrascht und denken, ja, aber wo ist diese Tiefere, wo ist dieser Antrieb? Weil der Antrieb ist der Teufel. Und der Teufel ist es vollkommen egal, ob jemand kommunistisch ist und geht in die Hölle, oder er ist buddhistisch und geht in die Hölle, oder er ist Muslim. Haben wir nicht eine Milliarde Muslime, die ultimativ glauben, dass wenn jemand nicht Muslim ist, sollte man ihm den Kopf abhacken? Mhm, ja. Sie halten sich nur zurück, weil in manchen Ländern die Gesetze noch nicht so sind, dass sie es dürfen. Ansonsten würden sie es machen. Und wir wissen, dass das in den letzten Tagen, und ich glaube wirklich, wir sind in den letzten Tagen, ich glaube, dass ihr es Christusbrall kommt. Und ich glaube, dass als Gemeinde, als von euren geborenen Christen, und wir reden heute zu euch, ihr müsst euch vorbereiten. Wie könnt ihr euch vorbereiten, dass ihr euch erstens einmal nicht ständig verführen lässt? Von irgendwelchen da draussen, die behaupten, ich weiss nicht was. Ja, und was willst du dann tun? Okay, du kannst dich gewissermassen vorbereiten, aber du lebst zum Beispiel in Deutschland, oder Österreich, oder du lebst in Europa generell. Ja gut, was machst du jetzt? Okay, du kannst ein bisschen Vorrat machen für Essensvorräte, alles gut, ich bin nicht dagegen, ich finde das gut. Gut, aber noch viel besser ist es so, dass du dich noch viel mehr mit Gottes Wort beschäftigen. Am besten in einer Ortsgemeinde, wo Gottes Wort gepredigt wird, am besten in einer bibelgläubigen Gemeinde. Gut, das gibt es heute nicht mehr so zu finden. So viele, nein. Ja, aber warum nicht? Auch das haben wir eine Antwort. 2. Thessaloniker 2. Lasst euch niemanden verführen. Schon wieder haben wir das Wort verführen. Immer wieder das Gleiche. Es ist egal, ob es durch Verschwörungen ist, durch Buddhismus, durch Katholizismus, durch Evolution. Was ich glaube, ist eine der meistdestruktivsten Religionen, hat extrem viele Menschen verführt auf dieser Erde. Mehr als noch durch den Islam, mehr als den Katholizismus. Diese teuflische Evolution, die übrigens Adolf Hitler geglaubt hat, weswegen er probierte, dieser Evolution ein bisschen auszuhelfen. Und die weniger entwickelten Rassen zu vernichten, in erster Linie natürlich die Juden, weil das sind Tiere. Und wiederum, lasst euch niemanden verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht. Was kommt nicht? Der Tag Christi? Es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. So, wenn Paulus uns warnt, dass ein Abfall kommt. Und was ich heute sehe, ist, dass wenn man die YouTube-Videos anschaut, es muss immer über die Endzeit irgendetwas sein. Es muss immer irgendwie etwas sein, über diese Eskatologie, wo irgendwie etwas geredet wird, über das Mystische und was könnte kommen und was könnte nicht kommen. Und die Leute sind fasziniert davon. Okay. Aber was machen sie jetzt damit? Nichts. Das ist ziemlich gut, dass du es ansprichst. Denn ich hatte immer das Problem, jetzt vor allem auch wegen der Pandemie, wegen den ganzen Verschwörungen, die zeigen immer nur mit dem Finger auf Probleme. Alles, was es macht, ist irgendwelche magischen Wörter in den Kopf setzen. Aber ich glaube, du hast es ja selbst mal gesagt, die Bibel ist ein praktisches Buch. Das heisst, du kannst sehr viel anwenden. Und auch Sachen, die ich lese, zum Beispiel, in Jakobus steht, wo haben wir es? Seit Gott... Täter ist es vor Ort. Ja, der meint auch, aber ich meinte Gott. Seid Gott untertänig. Widersteht dem Teufel. So viel flieht er vor euch. Ja, die Frage ist aber natürlich, wie tut man vor dem Teufel widerstehen? Wenn man ihn ins Wohnzimmer einladet, indem man sich extrem oft damit auseinandersetzt, mit all diesen Verschwörungen. Ich meine, als Corona zum Beispiel war, habe ich mir empfohlen, diesen Corona-Ausschuss von Rainer Filme. Und ich habe mir das zum Teil angeschaut. Ich habe mir nicht sechs Stunden gegönnt, wie du das immer so schön sagst. Weil diese Zeit habe ich ganz einfach nicht. Ich muss Menschen zu ihr als Christus führen. Und ich habe keine Zeit, zum sechs Stunden Corona-Ausschuss aufzuschauen. Aber ich habe mir ein paar Dinge angeschaut. Und was mir dabei aufgefallen ist, es wird auch da viel spekuliert, viel Theorien. Zum Teil sicher nicht, war nicht alles falsch. Das hat man auch im Nachhinein gesehen. Es ist nicht so, dass ich sage, wenn sie sagen, tu das, also lass dich impfen, dann tu es einfach, weil die wissen schon, die haben nur das Beste für uns im Kopf. Nur nochmal, diese Regierungen sind verführt. Mir geht es darum, dass Menschen sich in etwas einschiessen, in etwas verheddern, wo sie nur noch über ein Thema reden können und das Gefühl haben, dass irgendetwas Größeres da draussen lauert und dass das, jemand sagt mir nochmal, die Illuminaten haben einen Einfluss auf mein Leben. Selbst wenn es so ist, was tust du damit? Für mich ist es, wie du richtig sagst, eine praktische Anwendung. Was kann ich damit tun? Und was ich sicherlich sagen kann, ist, dass die Corona-Zeit mir eines gezeigt hat, dass viele Menschen wurden, wurden Esoteriker, manche wurden Christen, manche haben in Jesus Christus tatsächlich gemerkt, dass ihnen etwas fehlt, aber viele wurden Esoteriker. Ja, warum? Weil sie diese Glaube an diese höhere Macht oder höhere Elitären dazu geführt hat, ich muss von dem absagen, ich muss mich unabhängig machen, individuelle Souveränität, hier wird es geklaut und wir machen am besten unsere eingeborenen Dörflein und wir kapseln uns ab. Erstens mal funktioniert das so einfach nicht, das ist halt Punkt eins, aber Punkt Nummer zwei ist, hat es sie zu Jesus Christus gebracht? Das ist auch eine Art vom Teufel, um zu verführen. als ob man wie dieser Film Matrix, dass man in einer Matrix ist und nicht versteht, was hier genau abgeht. Nochmal, der Abfall kommt und ob wir jetzt das für Christen oder für Ungläubige oder für beide nehmen und ich glaube, es ist für beide, der Abfall ist da. Die Schwierigkeit, heute Menschen zu Jesus Christus zu führen, ist extrem schwierig. Dann von euren geborenen Christen, wir haben hier was, 1100, wie viele Subscriber haben wir? Die 1200 ungefähr. Okay. Und ich frage mich von euch und ich spreche jeden Einzelnen jetzt an. Wenn du auf diesen Kanal kommst, was suchst du genau? Suchst du Jüngerschaft? Suchst du, dass du wächst in Jesus Christus? Suchst du, dass du kannst einfach zunehmen im Glauben und etwas damit tun? Oder suchst du jemanden, der nach deinen Ohren juckt? Ja? Das ist wirklich eine extremst wichtige Frage. Wahrscheinlich die wichtigste Frage heute überhaupt. Was suchst du genau? Die Bibel sagt, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehren aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken. Menschen, die hierher kommen und sich... Entschuldigung, werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Welche Fabeln sind das? Eine Fabel wäre Illuminaten. Eine andere Fabel ist Flachherde. Flachherde, eine Fabel. Ja gut, das ist eine der dümmsten Fabeln. Alle Impfungen werden dich töten und so weiter. Es gibt so viele Themen heute, wo man sich in etwas rein spinnt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte sagen, dass auch auf unserem Kanal kann jemand kommen und nach einer Zeit einfach immer zuschauen und sagen, ja, ich fühle mich gut, wenn ich das anschaue und das war es dann auch. Ich würde die These aufstellen, dass jemand, der wirklich wachsende in Jesus Christus hat, auf unserem Kanal nichts zu suchen. Warum? Weil er meldet sich und kommt hierher. Also mindestens er abonniert es und sagt sich aber gleichzeitig, das reicht nicht und das reicht auch nicht. Meine Jüngerschaft passiert individuell. Das kann man nicht über YouTube. Ich nenne es diese YouTube-Losers, die von einem Kanal zum anderen rennen. Und wir haben sicherlich schon ein paar Mal gezeigt, wir haben einmal über diese Jasmin, wir haben einmal über diese Crosstalkers. Und was passiert ist, dass gewisse Menschen dann diesen Kanal deabonniert haben und gesagt haben, wir mögen diese Crosstalkers. Nun, ihr könnt mögen, wenn ihr möchtet, aber schlussendlich ist doch die Frage, was tust du für ihr Christus? Hast du wirklich einen Glauben? Kannst du das zeigen? Wenn wir etwas gesehen haben im deutschsprachigen Raum, in Europa, im Speziellen ist, dass sie nicht den nächsten Schritt gehen und dass sie heute verweigern, wirklich ihre eigenen Menschen zu erreichen, sondern sie lehnen lieber, wenn man schaut, was WhatsApp stattfindet. Es sind voll von irgendwelchen Gerüchten und Kriegsgeschrei und Möglichkeiten. Ich meine, wir haben hier ein Video vorbereitet von Xi Jinping, der chinesische Präsident. Ja, was sagt er? Wir werden für einen Frieden kämpfen und mit der grössten Ernsthaftigkeit, die wir haben und wir werden niemals versprechen, dass wir Krieg oder Streitkräfte widersprechen und natürlich, wir halten uns alle Optionen frei, um das zu benutzen, jegliche Art und Weisen, die es braucht. Nun, sprich zu einem Mann. Nun, auch hier, ich meine, die Bibel sagt etwas, Matthäus 24. Übrigens, für all diejenigen, die gerne Roger Liby und was, was ich alles schauen und immer irgendwie mystisch wohl und über die Zukunft reden, so viele Bibelstellen über die Zukunft gibt es gar nicht, wie du denkst. Nein, es gibt viele Prophezeien und auf das zweite kommen, das ist mir schon klar. Das alte Testament handelt hauptsächlich mit Israel. Was hier alles wird rausgezogen, angeblich, was die Bibel angeblich alles sagt, man probiert nämlich alles, wie oft sind Menschen zu mir gekommen und sagten, oh, Corona, das steht in der Bibel. Nein, steht es nicht. Gleich vorweg, steht es nirgends in der Bibel von Corona. Das Wort kommt nicht vor. Menschen sind gekommen tatsächlich und haben gesagt, dass das Wort Krone aus Offenbarung ist. Ja, natürlich, weil gerade das wollte ich sagen, weil sie denken, Corona ist Krone und König. Naja, aber es ist interessant, dass wir eine Bibel haben, wo Jesus Christus die Jünger vorbereiteten und er sagt ihnen, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus und werden viele verführen. Das habe ich vorher, Matthäus 24. Matthäus 24, Vers 6, ihr werdet hören Kriege und geschreift um Kriegen. Sehe zu, unterschreckt nicht. Das muss alles, erstens alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Wir haben heute eine Gesellschaft, die lieber Fussball hat, die lieber, egal welche sportlichen Aktivitäten, die lieber irgendwie, was, American Idol oder Super Talent und all diese ganzen Talent Shows. Es ist ja auch unglaublich, wie in einem grossen Teil der Gesellschaft Wissen abnimmt. Weswegen gerade diese Menschen, die sagen, ich will nicht in diese Richtung gehen, ich will mich nicht verblenden lassen, ich weiss, dass die Ereminaten das alles tun, weil sie wollen auf einem falschen Weg fähren. Nein, der Teufel tut das mit dir genauso. Du musst es nur endlich merken. Und so, es werden sich empören, ein Volk über das andere. Passiert China mit Amerika, Russland mit Ukraine, Griechenland mit Türkei, dann der Krieg in Afrika, wo es schon fast wieder vergessen ist. Wenn es nicht in den Nachrichten kommt, ist es eigentlich schon… Alles im Balkan. Ja, noch dazu. Alles im Balkan. Also, es ist nicht so, dass wir das nicht alles haben. Das wird allererst die Not anheben. Außer wenn es euch überantworten in Trübsa und werden euch töten. Und wenn du das vergleichst mit 1. Thessaloniker zum Beispiel Kapitel 5, dann haben wir hier schon ein paar Parallelen, denen ihr selbst wisst, dass der Tag des Herrn will kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Wie viele Menschen reden heute von Frieden? Frieden, Frieden, Frieden. Wir haben Frieden gehabt in den letzten 80 Jahren und langsam geht der Friede weg. Der Normandie, das Juni 1944 wird sich nächstes Jahr zum 80. Mal jähren. Der Ende des Krieges war ich glaube Mai 1945. Also wir sind jetzt 78 Jahre davon entfernt. Ja, natürlich wird es kommen. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen. Gleich wieder Schmerzen, schwangeren Weib und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Gehebe greife. Ihr seid allzu mal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ultimativ, man sollte nüchtern sein. Nicht nüchtern zu irgendeinem YouTube-Video, zu irgendeiner Zusammenstellung und now the end begins und all diese ganzen schönen Dinge, sondern, dass man bewusst sich macht, ich bin ein verneuengeborener Christ. Wenn du es noch nicht bist, dann lass mich dir erklären, Jesus Christus ist für deine Sünden gestorben, begraben und auferstanden. Du brauchst Jesus Christus. Wenn du ihn aufnimmst, dann findest du oder erkennst du die Tiefen der Gottheit. Und das führt dich dazu, dass du Dinge verstehen kannst, die der Teufel tut. Lasst euch nicht verführen. Denn ihr selbst wisst, gewiss, wir wissen es, wir sehen, Paulus hat es uns gesagt, Jesus Christus hat uns viele Anzeichen gegeben. Es ist nicht so, dass wir uns überraschen lassen sollen. Wie kann man sich vorbereiten? Man muss schauen, dass man wirklich individuell souverän denkt, dass man sich nicht unter Knechtschaft bringt, indem man viele Schulden zum Beispiel hat. Interessanterweise diejenigen, die oftmals über die Latten reden, haben gerade das. Dass man vielleicht sogar schaut, dass man ein bisschen Selbstversorger wird bei gewissen Krisen. Ich zum Beispiel feuere mein Haus mit Holz, damit ich nicht angewiesen bin auf Strom, wenn es darauf ankommt. Aber auch das ist alles immer, man muss es relativ betrachten, weil wenn es kein Holz mehr gibt zum Holen, dann wird es auch für mich schwierig. Ich kann natürlich einiges in meinem Haus verbrennen, aber das ist beschränkt. Das wird jetzt nicht Jahrzehnte dauern. Irgendwann gibt es kein Haus mehr. Irgendwann muss man gehen, wenn es nicht anders geht. Man muss sich das natürlich durchdenken. Aber viel wichtiger ist es die Informationen. Heute gibt es einen Informationskrieg. Das fängt an, dass wenn eine Siegernation gewinnt, dass sie oftmals die Geschichte ändert, das ist alles korrekt und das kann man ja nachforschen. Das ist alles kein Problem. Aber noch viel wichtiger ist es, dass du verstehst, was deine Aufgabe ist für einen geborenen Christen. Für mich ist es, ich muss Menschen zu Jesus Christus führen. Ich muss Menschen in das Evangelium bringen. Ich muss ihnen erklären, was das Evangelium ist. Es nützt mir nichts, wenn ich ihnen die Augen öffne über XYZ, aber ich kann ihnen nicht die Augen öffnen über das Evangelium und über ihre ewige Seele. Das hat wirklich Ewigkeitswert. Und so, weswegen es mich wahnsinnig wundert, dass Menschen so schwach diese Videos anschauen über Schöpfung und Evolution als Beispiel. Wenn wir die Bibel anschauen in Vers 5 von 2. 3, aber mutwillens wollen sie nicht wissen. Mutwillens. Das bedeutet, mit Absicht wollen sie ignorant und blöd sein. dass der Himmel vor Zeiten auch war. Das heisst, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat. Dazu die Erde als Wasser und im Wasser bestand durch Gottes Wort. Schöpfung. 1. Mose 1. Vers 6. Dennoch war zu der Zeit die Welt durch dieselbe mit der Sinnflut verderbt. Auch das ist etwas, was die Menschen mutwillig oder absichtlich dumm wollen sein. Es gibt keine Flut, es gab keine Sinnflut. Doch. Also auch der Himmel jetzt und die Erde werden durch sein Wort gespart, dass sie zum Feuer behalten werden am Tag des Gerichts. Verdammt ist der gottlose Menschen. Über was tun die Menschen absichtlich dumm sein? Über das zweite Kommen von Jesus Christus. Nicht über Illuminaten, nicht über Elitären, nicht über sonstigen Zeugs. Und ich weiss jetzt schon, wenn wir diese Show gemacht haben und wenn es die Leute schauen, der eine oder andere wird diesen Kanal deabonnieren und sagen, ich bin hierher gekommen, weil ich will meinen Ohren jucken, weil ich will hören, wie die Bibel redet über Verschwörungen. Die grösste Verschwörung, über die die Bibel redet, ist, dass Satan diese Welt beherrscht mit seinen Ideologien und Verführungen. Weswegen es Mosleven gibt, Weswegen es Buddhisten gibt, Weswegen es Hinduisten gibt, Weswegen es Katholiken gibt, Weswegen es Protestanten gibt, Weswegen es Hare Krishna gibt, Weswegen es Kommunismus gibt, Weswegen es Diktatur gibt, Weswegen es all diese ganzen Systeme gibt, direkte Demokratie, das ist auch so ein Wort geworden heute, Demokratie, Demokratie, wir müssen Demokratie bewahren, Demokratie, Demokratie, Demokratie. Und die Leute fahren darauf rein. Das stimmt schon. Es ist nicht so, dass ich nicht sage, dass man, ich höre nicht darauf. Ich meine, Joe Biden, für viele der Retter, weil er ist nicht, er ist nicht der wahnsinnige Donald Trump. Und was sagt er? Ja. Veränderungen. Alle drei, vier Generationen wird sich etwas Grosses verändern. eine der top militärischen Leute sagte mir in einem secure meeting den letzten Tag, 60 Millionen Menschen die zwischen 1900 und 1946. Gut, ich meine, zum Beispiel, was Biden sagt, alle Zahlen, wo er sagt, muss man grundsätzlich in Frage stehen, das weiss aber jeder, das weiss aber die Welt. Also wenn du einen denkst, dass er Trump ein Idiot ist und Biden sagt immer die Wahrheit, dann kann man dir auch nicht helfen. Also das ist auch falsch. eine liberale Weltordnung. Und was geht es? Immer ums Gleiche. Diese Menschen sind getrieben von einer Ideologie, sie wollen ihre Agenda zum Ende bringen. Ja, das ist kein Problem, lass sie das machen. Die Bibel redet davon, das ist auch ein verführter Mann. Ob er jetzt von irgendjemandem höheren bezahlt wird oder nicht, das ist vollkommen unwichtig. Das hat überhaupt keine Relevanz. ist Trump mit Biden unter einer Decke? Keine Ahnung. Er ist der grosse Retter für Israel. Der Staat von Israel ist eine Erfüllung eines Traumes von Generation zu Generation. Nein. Der Staat Israel ist eine korrupte Institution, die gemacht wurde vom Westen, um ein Prellbock zu sein für die muslimische Welt. Die Bibel sagt, dass es wird der wahre Staat Israel, also der wahre Zusammenkunft von Israel, steht uns noch bevor. Das ist nicht, was wir gesehen haben in 1948. Und gehen nicht aufs andere Extremen und sagen, Israel wird nie wieder zurückkommen. Römer 11 spricht das Gegenteil. Blindheit ist Israel zum Teil wiederfahren. bis das die Fühle der Heiden eingegangen sind. Aber all diese Weltpolitiker, all diese Menschen, wenn du anfängst, einem Menschen nachzufolgen wie Donald Trump oder Joe Biden oder Xi Jinping oder Kim Jong-un, das ist falsch. Das ist der Grund, warum wir die Kriege haben. Was du brauchst, ist, du musst einem Erlöser nachfolgen, Gott offenbart und vielleicht Jesus Christus. Paulus sagt, seid meine Nachfolger, wie ich Christus nachfolge. Es gibt schon Lösungen und ja, glaube ich, dass wir am Ende der Tage sind. Ich sehe es. Wenn wir uns über LGBTQPT plus unterhalten müssen, zeigt das, dass wir am Ende dieser Zeit sind, wenn Sodomy, wie es heute dargestellt wird, frei und öffentlich und niemand tut sich mehr gross darüber sich beschweren, dass wir eine amerikanische Fussballerin hat, die gesagt hat, nach ihrer Karriere tut sie ihr Leben verschreiben, dass Transgender bei Frauen mitspielen können, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir nicht mehr reden, dass kein Abfall da ist. Meinst du, die Zeit heutzutage ist wie zur Zeit Noahs? Ja. Ich glaube, dass wir, es kann noch schlimmer werden, weil ich meine, wenn man gelebt hat vor dem Zweiten Weltkrieg und wenn man Hitler angeschaut hat, hat man wahrscheinlich als Christ auch gesagt, okay, ist es jetzt, dass jedes Christus kommt, ich meine, kann es noch viel schlimmer werden? Ja, es wurde schlimmer, es kann immer noch schlimmer werden, aber in den Tagen von Noahs, was steht dort? Sie freiten und sie liessen sich freien und sie taten jeder Tat eigentlich, was er selber wollte und das ist gerade, was wir heute sehen. Genau. Ich meine, wir haben eine Statistik gebracht vor zwei Wochen in dem Video, glaube ich, dass jede vierte Ehe wird geschieden. Ja, aber das sind nur die Ehen, die auch eingegangen werden. Ich meine, die offiziell durch ein Ehezertifikat, ich sage jetzt mal, bestätigt werden können. Nimm all diese ganzen Ehen, die gar nie irgendwo aufploppen. Ich meine, wie viele Beziehungen werden getrennt jeden Tag? Wenn man die Dunkelziffern nimmt, dann sind wir wahrscheinlich weit über 80%. Also offiziell sind wir bei 40 und das ist ja Witz. Ja, offiziell sind wir, aber das sind eben nur diejenigen, die geheiratet haben vor dem Staat. Ja. Das ist immer noch 40%. Also wenn wir die anderen nehmen, wie viele Beziehungen, wie viele Menschen kennt ihr, die 20 sind und nicht schon mehr als einen Mann oder Frau gehabt haben? Wahrscheinlich niemanden. Ja, niemand ist übertrieben, aber es gibt wenige. Also, wir reden über Menschen, die ich kenne, wahrscheinlich in der Schule. Ich kenne einige. Menschen in Schulen sind sehr seltsam. Ich kenne einige. Okay, es gibt sie, es ist aber sehr rar. Also es ist nicht normal. Ja, wenn man heute Jungfrau ist und man ist 20, ist man abnormal. Heute. So, das zeigt uns, dass wir im Abfall sind. Das zeigt mir, das zeigt uns, dass die Tage von Noah absolut hier sind. Jetzt Noah hat noch 120 Jahre predigen können in diesen Zeiten. In dieser, so das ist, was wir empfehlen können. Predigt das Wort. Halte an, es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Strafe, treue, mahne mit aller Geduld und Leere. Tu nicht den Fehler, dass du in die gleiche Richtung gehst, in diese separate, weak, schwache, absolut YouTube-Loser Christentum. Aber, wenn du das machst, musst du dich nicht wundern, dass du irgendwann da hängst und du wirst vor Gott kommen und er wird dich fragen, was hast du eigentlich getan? Nichts. Das können wir nur empfehlen und ist ein sehr wichtiges Thema und hoffentlich hast du es bis zum Ende geschafft. Wenn du es bis jetzt durchgehalten hast, kann man dir nur sagen, geh zurück und schau dir diese Videos an. Du kannst schon etwas daraus lernen und wenn du Fragen hast und wenn du sagst, ich brauche Jüngerschaft, ich brauche mehr als nur dein YouTube, mich durch YouTube zu ernähren, dann komm auf uns zu, prediger.stimmenesgläubigen.de Es ist mir egal, wo du hockst. Wir haben Menschen in ganz Europa und wir helfen ihnen und wir machen sie zu Jüngern. Wir haben immer wieder auch gerade Zusammenkünfte für Männer, dass sie lernen, wie kann ich als Mann in der heutigen Zeit fungieren, wie kann ich existieren und wie kann ich ein gottesfürchtiger, gottliebender Mann sein. Es ist wichtig, das genauer zu betrachten und ich hoffe, das hat schon dem einen oder anderen geholfen. Lass uns noch ein paar Kommentare anschauen, die ein paar Leute gemacht haben. Eines, wo wir hier sehen, ist, könntest ein Kommentar zuerst du musst zweifelst fünf abgeben. Das kann ja sinngemäss nicht zum sechsten Tag gehören, scheint aber so. Doch. Gott hat sechs Tage die Welt gemacht. Auch den Garten Eden. Und jetzt 1. Mose 2 spricht von einem Garten, den er gemacht hat am sechsten Tag. Weil er hat dort den Menschen gemacht. Und so, und allerlei Bäume auf den Feldern, die zuvor nie gewesen waren auf Erden, und allerlei Kraut auf den Feldern, die zuvor nie gewachsen waren, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regeln lassen auf Erden und war kein Mensch, der das Land baute. Spricht hier in 1. Mose 2 von dem Garten Eden. Warum wissen wir? Weil, Vers 8, und Gott, der Herr pflanzt einen Garten in Eden gegen Morgen und setzt den Menschen rein. Aha, wann hat er den Menschen gemacht? Am sechsten Tag. Wissen wir von 1. Mose 1, Vers 26. Und so, das ist, wo er ihm einen Garten gab, den er bewirtschaften sollte. So, ja, die Antwort ist ganz einfach, ja, es ist der sechste Tag. Sagen wir noch? Die nächste Frage ist, die wir gestellt bekommen haben, ich habe mal eine Frage an euch, wie ihr das versteht, wird nur die Hälfte der Christen errettet werden? Fragezeichen. Meine Frage bezieht sich auf das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und dann auch von den Fischen und so weiter, das sind Matthäus 13 und so weiter und so fort. Also erstens mal ist es ganz wichtig, dass man, also dass du, in diesem Fall, dieser Christian SR6NF, dass du Gottes Wort richtig teilst. Meine 10 Jungfrauen weist auf Israel hin und nicht auf die Gemeinde. Die Gemeinde ist immer mit einer Jungfrau, ja, im 2. Korinther zum Beispiel, ich glaube Kapitel 12, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ähm, oder Kapitel 11, Moment, ich muss es, selber schnell, schauen, Kapitel 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch vertraut einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christi zuberechte. So erredet Einzahl, das Einzahl und nicht Mehrzahl. Die 10 Jungfrauen, äh, ist Israel in der sogenannten Trübsal, in der grossen, absolut schlimmen Trübsal, diese dreieinhalb Jahre, wo keine Gemeinde da sein wird, äh, von was Offenbarung spricht übrigens, äh, Offenbarung spricht von dreieinhalb Jahren. Du sagst, ja, aber Daniel 70 ist die Jahrwoche, spricht von Israel übrigens, alle 70 Jahrwochen spricht von Israel, interessanterweise, und die, diese 70. Jahrwoche, ob sie schon zum Teil vollendet war, können wir nicht hundertprozentig sagen, weil es, und wenn du Clarence Larkin nimmst, das ist nicht Bibel, das ist Clarence Larkin, Clarence Larkin hat eine Meinung, viele Menschen haben eine Meinung. So, diese 10 Jungfrauen sind von Israel, und es gibt in Israel, oder es gibt in der Trübsal Menschen in Israel, die sind absolut unweise, und sie verpassen, wenn Jesus Christus kommt. so bezieht sich das auf 70 nach Christus, nein, es bezieht sich auf jeden Fall nicht nach 70 nach Christus, es ist zukünftig, und es hat, wie gesagt, man darf nie vergessen, dass die Gemeinde sein Einschub, als Jesus Christus mit seinen Jüngern gesprochen hat, war dieser Einschub noch nicht Tatsache, der wurde erst, ich sage jetzt mal, verführt in Apostelgeschichte 8, und da sehen wir, dass das Evangelium zu den Heiden ging, erst in Apostelgeschichte 8, und wir sehen Paulus, der sagt, der Tag des Herrn ist nahe, und das war vor 2000 Jahren, niemand weiss, wie lange die Gemeindezeit wirklich geht. Nun, der Driftwood, 5504, sagt, viele Christen glauben weder an die Entrücken, noch an die Trübsal, noch an die ewige Helle. Okay, das ist schade, weil das ist, was die Bibel sagt, das heisst, sie haben sich, es ist gut, dass ihr das Video heute anschaut, das heisst, sie haben sich verführen lassen von dem Teufel und von den Menschen dieser Welt. Aber die glauben, dass sie Politik ändern können durch Wahlen. Ich habe Abstand von ihnen genommen, war das falsch? Also, ich glaube nicht, dass man durch Wahlen irgendetwas verändern kann. Und zwar nicht jetzt unbedingt, weil ich glaube, dass alles von vornherein schon klar ist. Aber was willst du wählen? In Amerika sagt man immer, I choose the lesser of two evils oder das geringere Übel. Okay, aber das heisst, du wärst immer noch übel. Also, wenn man zum Beispiel in Deutschland kam dann diese Partei AfD auf und hat gesagt, ja gut, AfD ist viel besser. Also tun wir AfD wählen, weil AfD ist wahnsinnig biblisch. Nein, sind sie nicht. Das ist überhaupt nicht biblisch. Gar nicht. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Würde ich jetzt Abstand von ihnen nehmen? Nicht unbedingt. Also, ich habe gute Freunde, die wählen. Und sie haben das Gefühl, sie machen eine Änderung, sie verändern etwas dadurch. Man muss den Menschen, man kann mit ihnen reden, man kann mit ihnen sagen, man kann erklären, warum ich zum Beispiel nicht wähle. Weil ich glaube, dass eines klar ist, diese Welt ist verführt und diese Welt geht näher und näher zum Teufel. Nun, die eine Gruppe geht ein bisschen schneller zum Teufel als die andere. Aber, ich denke, die wichtige Frage ist, seid ihr lehrmässig überein? Glaubt ihr an ewige Sicherheit? Glaubt ihr an die Trübsal? Glaubt ihr an die Hölle? Glaubt ihr an die Entrückung? Wenn das jemand nicht glaubt, ja, glück, platt, dann können wir zwei miteinander wandeln, wenn sie nicht einig sind. Also dann, wenn jemand an all diese, und das ist für mich viel schlimmer als Politik, wenn sich jemand so verführen lassen hat von dem Teufel, dass er nicht mehr glaubt an die Trübsal, über was die Bibel klar spricht, wenn wir nur Offenbarung nehmen, an eine ewige Hölle, über was die Bibel klar spricht, in Offenbarung 20, in Markus 9, wenn jemand nicht an die Entrückung glaubt, was die Bibel klar spricht, in 1. Korinther 15, in 1. Thessalonicher 4, dann wird es wirklich schwierig. Was nimmst du dann als Grundlage? Irgendetwas, was es nicht gibt? Dann hast du keine Grundlage mehr, hast du kein Fundament mehr und dann bist du gleich, wo Albert Einstein war. Das ist alles relativ. Also, es kommt darauf an. Ist es falsch, von solchen Menschen Abstand zu nehmen? Nein, weil es liegt in der Natur der Sache. Weil irgendwann, das hält kein Mensch aus. Die letzte Frage habe ich deswegen reingenommen und es ging um die Entrückung der Trübsalheiligen und es wird gesagt, drei Christen, Oskar sagt es, fünf Meinungen, fünf verschiedene Meinungen und in Offenbarung 11, da geht es ja um die Entrückung von den zwei Zeugen und die Trübsalheiligen Matthäus 24, wir haben am Ende, wo Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, entrückt. Der größere Punkt bei der Frage, warum ich die reingenommen habe, ist, ja, es gibt ja fünf verschiedene Meinungen. Bei Christen. Und eigentlich kann man es ja gar nicht wissen. Weswegen wir die Bibel brauchen als Fundament. Amen. Und ich verstehe, dass zum Beispiel die Post-Trübsal, also die an Post-Trübsalheiligen glauben, dass sie sagen, auf Matthäus 24 und 1. Thessaloniker 4 stimmen überein. Aus meiner Sicht, wenn mein Deutsch ausreichend ist, ist es nicht dasselbe. Einmal schickt den Herrn Engel, um sie zu holen. Und einmal kommt er mit der Stimme des Erzengels. Es ist nicht ganz dasselbe. Es scheint sehr ähnlich aus. Es ist nicht dasselbe. Ich meine, ich kann verstehen, es ist natürlich immer so, wenn wenn man interpretieren muss oder wenn etwas, wenn gewisse Prämissen aufkommen, dann geht man von etwas aus. Aus meiner Sicht ist das ganze Problem mit der Trübsal und mit der Entrückung der Gemeinde geschuldet auf zwei Tatsachen, wo man Prämissen nimmt. Punkt Nummer 1, der Einschub der Gemeinde. Punkt Nummer 2, wie lange ist die Trübsal? Wenn man natürlich immer davon ausgeht, sie muss sieben Jahre sein. sie muss. Dann kann ich verstehen, wie gewisse Menschen auf eine Mit-Trübsal-Entrückung und so weiter kommen. Aber wenn wir reden vom Zorn Gottes und wir reden von Gottes Zorn, der ausgegossen wird in dieser Welt mit den sieben Trompeten oder Posaunen und so weiter und mit dem Antichristen 666 und so weiter. Das ist die die Trübsal, von was die Bibel prophezeit. Ist ein verneuengeborener Christ da? Nein. Warum? Weil er ist versiegelt mit dem Geist Gottes bis auf den Tag der Erlösung. Man muss nicht bis ins Ende beharren, wie Matthäus 24 sagt. Jesus Christus hat das schon für uns gemacht. Darum glaube ich und bin überzeugt, dass es nur eigentlich diese Einentrücken gibt für die Gemeinde. Nun gibt es für die Trübsal-Heiligen ja. Genauso wie es ein Entrücken gab für die alttestamentlichen Heiligen in Matthäus 27. Im Endeffekt ist vieles heute geschuldet, dass wir sehr viel Zeit haben, vor allem sehr viel Zeit zu streiten. Und die Frage, wo ich diesen Oscar würde stellen, ist viel wichtiger, wohin gehst du in die Gemeinde. Und was tust du für Jesus Christus in dieser Gemeinde? YouTube ist sicherlich nicht unbedingt der Ort, wo man in Christus wachsen kann. Sicherlich kann man Informationen bekommen. Ich nehme an, die meisten sind auf unserem Kanal, damit sie Informationen bekommen. Aber Informationen ohne Anwendung ist sehr fragwürdig, wie gut das hilft. Und aus meiner Sicht ist das eine andere Attacke vom Teufel, um Menschen zu verführen. Ich kann es nur nochmal betonen, es ist immer wieder dasselbe Spiel. Es ist eine Verführung über eine Verführung über eine Verführung über eine Verführung. Und das Ziel ist ultimativ, dass Menschen einfach nichts tun. Ich glaube nicht, dass der Teufel enttäuscht ist von Cross-Talk. Gutes Instrument. Ja, warum auch da ich meine sagst du vielleicht aber mir gefallen diese zwei Jungs. Fein, ich habe kein Problem damit. Aber die Frage, wo du dich stellen musst ist, was tust du dann zunehmen? Mir kommt es vor, dass heute es geht nur noch darum, mir geht es schlecht, wie kann ich Jesus haben, dass es mir besser geht. Ich bin ein Loser, ich bin im Keller und ich bin traurig den ganzen Tag und die ganze Welt ist kaputt und Joma, wir müssen uns doch lieben. Aber ist das wirklich alles, was du lebst, dass du das Gefühl hast, es geht immer alles nur um dich und es dreht sich alles nur um dich und wie schlecht es dir geht? Du hast Jesus Christus, das soll es dir schon mal nicht so ganz so schlecht gehen wie ein Ungläubiger. So, es gibt fünf verschiedene Meinungen, drei Christen. Für mich, es gibt nur eine Meinung. Aber ich schaue mir, was die Bibel sagt und ich probiere es in Hand von Gottes Wort zu erklären. Wenn du denkst, du hast hier mehr Erleuchtung bekommen, siehst du, das irgendwie besser. Es gibt, gerade in diesem Thema, Entrückung, gibt es eigentlich drei hauptsächliche Meinungen. Prä-Trüpser-Entrückung, mit-Trüpser-Entrückung und post-Trüpser-Entrückung. Eigentlich gibt es nur zwei, wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber gut. So, ähm, sehr interessant. Ich hoffe, dass jeder Einzelne dieses Video sehr ernst genommen hat und sich ein bisschen Gedanken gemacht hat. Wir machen, wie gesagt, auch wieder weiter über Evolution. Es gibt noch sehr viel darüber zu reden, über die biologische Evolution, über die Sintflut, über Eiszeit, über, was haben wir heute, Klimaerwärmung. Dinosaurier. Dinosaurier, sehr wichtiges Thema. Also, das gibt schon noch einiges zu sagen. Wir werden auch da einiges machen. Tut weiter eure Kommentare stellen, wir beantworten sie live hier oder wir beantworten sie euch, wenn ihr sie schreibt. Habt ihr noch ein Wort? Nicht. Ja, mein Gehirn ist gerade am Grübeln, aber nicht. Das ist ziemlich gut. Ich wollte noch sagen, dass, das, was nicht vermittelt werden kann, über diese Internetplattform ist ein Geist. Und man merkt es nur, wenn man hier vor Ort ist und man merkt es nur, wenn man länger dabei bleibt. Ansonsten bekommt man den Geist nicht. Aber das interessiert mir alles ein Tränk. Mich interessiert das schon. Nee, das stimmt. Also ein gutes Schlusswort gesagt. Es kommt auch mal von dir etwas halbwegs Intelligentes. Jetzt muss man echt dich loben. Also, das kann nicht jeder mal etwas sagen. Ab und zu. Du hast einfach gut zugehört. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, oder? Heute nicht, aber das meiste, was ich sage, ist von zuhören. Selber habe ich noch nicht so viel herausgefunden. Auch ein Narr, wenn er schweigt, würde für weise gerechnet. Das heißt, wenn er zuhört, kann er sogar irgendwann mal weise werden. Und verständlich, wenn er das Maul hielt. Ja, genau. Also, wie sagt das da der, unser, unser Lieber, wo haben wir den? Nein, das ist das Falsche. Auch falsch. Ah, da. Aber da gibt es noch was von Trump. Haben wir noch was? Was ist das von Trump? Wrong. Wrong. Okay. Well, wir machen weiter. Wie gesagt, wir hoffen, die Show hat euch gefallen. Tut es abonniere. Auf Spotify und Rumble und Apple Podcast und YouTube und was weiß ich, was ihr wollt. abonniert es. Dadurch stellt uns eure Fragen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Du hast gerade die Stimme des Gläubigens schon gehört.